Wäre es sinnvoll und realistisch für die Ukraine, ein Drohnenflugzeug zu entwickeln, das lediglich Gleitbomben beschleunigen muss? Lediglich Gleitbomben beschleunigen muss? So im Sinne von, damit auch sie Gleitbomben im großen Stil abwerfen können. Das Problem dabei ist, um Gleitbomben abzuwerfen, muss man sich in Flugabwehrreichweite begeben. Und wie wir es gerade besprochen haben, die Ukraine, oder haben wir es schon angesprochen, die Russen haben mehr Flugabwehr als die Ukraine. Die Russen können es riskieren, dass sie eine S-400-Batterie näher an die Front heranbringen, um damit solche Gleitbomben-Träger abzuschießen. Und sie haben dazu die Luftherrschaft auf ihrer Seite der Front und eigentlich über der Front. Was bedeutet diese Gleitbomben-Flugzeuge? Damit die Gleitbomben weit fliegen, müssen die möglichst hoch fliegen und möglichst schnell fliegen. Und gerade wenn sie über die Front hinaus möglichst weit nach hinten wirken müssen. Und dann können sie auch ganz einfach durch normale Jagdflugzeuge abgefangen werden. Also, wenn sie was Einfaches haben, was im Tiefflug fliegt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie machen diese Software, die erkennt, was am Boden ist. Das ist störungsunempfindlich. Und sie nehmen irgendein kleines Flugzeug, was, was ich, hier startet und erkennt, dass es hierhin fliegt. Und es fliegt auf vier Kilometer an die Front heran in zehn Metern Höhe. Zieht hier hoch, klingt die Gleitbombe aus, während es 500 kmh schnell fliegt und dreht weg. Und die Gleitbombe fliegt nur diese vier Kilometer, um hier einzuschlagen. Könnte das Sinn ergeben, wenn es keine Verschwendung von Ressourcen ist, vielleicht. Zur Unterstützung der Front. Denn wir wissen, dass die Russen so die Front durchquert haben. Dass die Russen so in Avtivka ganz wesentlich der Einfluss war für ihren Sieg. Dass sie dort Gleitbomben eingesetzt haben gegen die ukrainischen Stellung. Aber dann stellt sich die Frage, brauchen sie dafür extra Drohnenflugzeuge? Natürlich ist es weniger Risiko für sie, klar. Denn das können sie auch mit Suchol 24, mit Suchol 25, wahrscheinlich auch mit ihren Jagdflugzeugen machen. Das Problem ist, die brauchen sie halt auch für andere Missionen. Aber wenn sie solche speziellen Drohnenflugzeuge entwickeln, ist es Ressourcen, die sie verschwenden. Und dann stellt sich die Frage, ist das ein rechtes Haushalt? Und dann haben wir ein schönes historisches Beispiel wieder. Wir wissen ja alle, ich weiß ja, Sie mögen das, wenn ich historische Beispiele nenne. Das nennt uns so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg Deutschland. Wenn wir uns die deutsche Technologie im Zweiten Weltkrieg anschauen, dann wenn wir auf dem, wo ist es? Habe ich schon wieder weggeklickt. Wenn wir auf dem Gipfel der Dummheit sind, wenn wir hier auf dem Gipfel des Berges dumm sind, dann glauben wir, wenn wir uns die deutsche Technologie im Zweiten Weltkrieg anschauen, dass Deutschland technologisch weit überlegen war. Und dass es ein Wunder ist, wie Deutschland überhaupt besiegt werden konnte mit all diesen tollen Technologien. Wenn man das Tal der Verzweiflung erreicht hat oder auf dem Weg zur Erleuchtung ist, dann versteht man, dass Deutschland zwar die V2 entwickelt hat, die V1, den Tiger, den Panther und auf dem Panther erste Wärmebildgeräte aufgetaucht sind. Und dass auch das Sturmgewehr 44 innovativ war, dass es die Messerschmitt 262 gab. Dass es aber Aufwand von Ressourcen war, der erkauft wurde durch etwas anderes. Das waren Ressourcen, die für etwas anderes nicht gefehlt, die bei etwas anderem gefehlt haben. Die erkauft wurden durch niedrige Zuverlässigkeit. Wenn ich eine Messerschmitt 262 an die Front schicke und habe nur Triebwerke, die nur 20 Stunden halten, dann brauche ich neue Triebwerke. Dann kann ich so ein Flugzeug schneller an die Front schicken. Wenn ich auf westlicher Seite, auf alliierter Seite sage, die Alliierten hätten auch Jets schneller an die Front schicken können, wenn sie solche Abkürzungen genommen hätten. Aber die Alliierten hatten nicht die Notwendigkeit dazu, weil sie ihre Ressourcen sinnvoller gewirtschaftet haben. Auf Deutschland war man verzweifelt. Man musste aus irgendeinem Grund, man musste irgendetwas finden, was als Wunderwaffe den Krieg umdreht. Und dann musste man Risiken eingehen. Dann musste man auch, was Ressourcenaufwand angeht, Risiken eingehen. Aber wirtschaftlich ist es natürlich auf Effizienz zu setzen. Und da ist es halt dann, dass die entsprechenden Fahrzeuge simpler produziert werden. Das heißt, die Ukraine kann Sonderwaffen entwickeln. Aber das fordert erhebliche Ressourcen, sei es finanzieller Art, sei es materieller Art. Die Triebwerke auf solchen Drohnen, die für solche Tests verwendet werden, die können nicht auf etablierten Kamikaze Drohnen verwendet werden. Und es kostet auch Ressourcen an Produktionsfläche, an Ingenieuren und so weiter. Und all das nur, um ein paar Gleitbomben zu werfen, die direkt an der Front einschlagen. Da hätte ich persönlich meine Zweifel, ob das Sinn ergeben würde. Dann wäre es vielleicht schlauer, an die Bomben lieber einen Feststoff-Raketensatz dran zu machen und die in 300 mm Rohren von LKWs aus abzuschießen. Denn ein LKW, der schnell genug ist, der kann auch hierhin fahren. Und wenn der Brennsatz, der Feststoffmotor groß genug ist, dann kann ich die Bombe auch bis hierhin schießen. So wie es die Russen ja jetzt machen mit ihren 250 kg Bomben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.